Im ersten Moment habe ich gedacht, er steht vor mir. Ich habe gedacht, er ist zurückgekommen. Ohne Toden, auch verstanden. Habe ich gedacht. Das ist noch nicht lange her. Nein, es ist noch nicht lange her. Wissen Sie, die Sehnsucht, die frisst einem das Fleisch unter der Haut weg. Danke. 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 So, there's not anything there to defend anymore, and there's not, all this stuff's gone. This stuff just annoys us and causes this troubling mind when it's realized that it's all in the mind, just imagination. There's no existence independent on its own at all. So, my girlfriend tells me, she breaks up with me. I couldn't even believe my own reaction to that. Okay, nothing more, you know. No drama, no nothing. People don't even understand that. I think there's got to be this drama. But, it just doesn't exist with them. There's no need for it. No! 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 Das war's für heute. Why are you laughing at me? Das ist so dumm, das ist so dumm. 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 So? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Oh! Woah! Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Du musst es ihnen bewegungen. Das ist echt gut rendezvous. Das ist es richtig. Das ist so dumm. Die Leute zum Döner, sie hat uns sehr gern roomig. Ich bin ein Graffiti-Artist, also ich arbeite viel auf der Straße und auch in Abandonnungen. Ich war auch in Deutschland, oder in Berlin, also in Deutschland. Und nach dem Krieg kamen, da waren viele Abandonnungen, und wir haben sie überall gefunden. Aber ich war mit Porzellanen, die Decoration für ein Rosenthal Porzellan. Und unser Freund da, der uns sagte, eine der Faktorien wird verabschiedet. Und all die Sachen müssen rausgehen. Und dann haben wir gesagt, warte, nicht verabschiedet die Sachen. Wir werden es alle bekommen. Und aus dem da, wir nahmen 7 oder 8 Arten, voll von sehr schön Furniture, Porzellanen, Olden Lamps, Bauhaus Objekte. Und da war der Peschein, und dann habe ich angefangen, zu collecten Lamps und mehr und mehr Sachen. Und ja, ich wirklich liebe diese Objekte. Da ist ein Wort in Japanes, das heißt Babi-Zabi. Und es bedeutet, es ist sehr schwer zu verabschieden in Englisch, aber es bedeutet, dass man sieht die Traces der Usage von bestimmten Objekten oder Elementen. Beispielsweise, wenn man eine Handel hat. Let's sagen, vielleicht dieses Locker hier. Es ist etwa 100 Jahre alt. Es wurde von Woback. Und man sieht, dass es unterschiedliche Läden der Pesche ist. Und man sieht, dass die Läden der Pesche ist. Und man sieht, dass die Läden der Pesche ist. Und man sieht, dass die Läden der Pesche ist. Und man sieht, dass die Läden der Pesche ist. Und man sieht es auf den Läden. Die Läden der Läden der Läden. Es ist sehr... Es ist sehr gut, ja? Es ist immer noch funktioniert. Aber man sieht, dass jemand mit diesem Läden gearbeitet hat, für 50, 60 Jahre. Das Läden ist einfach 100 Jahre alt. Es ist ein Midgard-Läden. Und das ist, warum man die Linken hat. Und man sieht, dass es alte Pesche ist. Oder es wurde sehr stark verwendet. So das ist die Linken mit dem Zeitpunkt, das man sieht. Das muss auch ein sehr altes Objekt sein. Das ist also der Zeitpunkt. Und ich denke, das ist auch, das letzte Frage, warum die Leute wirklich lieben diese Sachen. In unserem sehr schnellsten Welt, alles geht so schnell. So schnell. Man kann irgendwo etwas kaufen, und nach fünf Monaten ist es verraten. Also, ich habe hier, die 100 Jahre alt und die immer noch arbeiten. Und es gibt auch die Zeitpunkt. Und es gibt auch die Zeitpunkt. Und es gibt auch die Zeitpunkt. Es gibt auch die Zeitpunkt. Es gibt auch die Zeitpunkt. Und die Leute haben die Zeitpunkt, die man sich an den Fingern hatte. Und es gibt auch alte Pesche. und auch so wie das. Das ist auch das, was Leute, die Zeit zu bekommen, die ist zu viel zu viel. Wenn man sich selbst als pure Love und absoluten, pure Awareness und nicht das Human Body, und nicht das Mind, das ist, aber du bist. Manche Menschen nicht so viel zu hause. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 50 years old, 45 I guess.